Und los, mal sehen, was hinter der Tür erwartet. Oha! Junge, Junge, das ist, das ist, das ist was. Oha! Richtig ein Deal hier. Oh, Ocean's the order. Ha! Einfach durchstürmen, ohne irgendwie was zu gucken. Bien sûr, Monsieur. Wir waren eigentlich nur auf der Suche nach der Garderobe. Her damit. Ganz ruhig, Monsieur. Die riesen Macheten, die können sie behalten. Scheint erforderlich. Die dicken Lukas, die müssen sie abgeben. Mh, mon amour. Seeler. Ho, je die Wörter van Nippel. Das ist dein erstes Mal, oder? Ja, jawohl, Ma'am. Ja, jawohl, Ma'am. Das ist ein Puff. Haupt der Uhr. Das glaube ich gerne. Quatsch, du noch mal kurz? Ich guck mich hier mal kurz um. Oh ja, die Wanne. Die Badewanne! Die Raben von London. Sie organisieren sich. Was ist denn denn hier? Was schön ist. Körger lesen. Körger lesen. Lafayette will doch niemanden bitten. Ma'ki, wir haben keine Zeit für Spiele. Wir müssen einen Ausgang finden. Schnell. Ich habe genau das Richtige. Könnte eine von den Damen in meine Tasche greifen? Gib schon her, Suisse. Ist das genug, Monsieur? Mehr als genug, würde ich sagen. Darf ich bitten? Nach oben mit euch. Na los. Bist du schon so weit, Süße? Das wirst du bestimmt nicht vergessen. Hier lang, Schatz. Hier rein. Das ist das Fallschutzzimmer. Hier vorne. Wo ist dein Freund? Wo ist der Franzmann hin? Da drinnen? Mit seinem Freund. Hey! Verschwinde da! No. Hallo! Oh! Du! Hey! Ja! Ah! Ah! Ahh! Ahh! jetzt war ruhig weiter gefügelt ja dann ist ein pödel gesehen abhauen nur lang gar nicht lang ja was wollt ihr überhaupt hier von mir ich bin das gesetz oder was weil die strahlen sehen also da es war ein stich ins westen ist na komm franzmann die kalt aus halten sie ausschau marquis ich muss ein weg hierdurch finden ich bin ich 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 kille und das in dem alter ich 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 sicher die ich 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 ach was du nicht sagst du können Alter. Alter. Oh, komm. Oh, das Spiel, ich weiß auch nicht. Die Kampfsituation muss ich mir erstmal reinfuchsen, das ist immer noch nicht... Lafayette, ziehen Sie den Kopf ein. Wir müssen den Schafschützen ausschalten. Absolut. Oh. Ey, das kann nicht wahr sein. Irgendwann habe ich zu blöd. Oder ich weiß auch nicht. Absolut. Absolut. Kann auch gar nicht wahr sein hier. Wie übertrieben. Wie übertrieben. Wie übertrieben. Wie übertrieben. Wie übertrieben. Hätte ich doch den Karabiner nehmen sollen. ja man ja wohl auch zeit na los raus aus der ecke sie sind noch voll war ja das heißt das andere was ich da hatte das war ich zum kotzen lieber hier einsatzschuss und die modus voll war so wie es aussieht